Guten Abend, werte Freunde von South Park. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part. South Park, the Stick of Truth. Im letzten Part haben wir die Armee versammelt. Jetzt sind wir vollständig und in diesem Part beginnen wir damit, dass wir mit Cardman trainieren. Oh mein Gott, ähm, R runterhalten. Jetzt eine Frequenz suchen. Hier, so, und jetzt nach oben. Oh mein Gott. Okay, nach unten halten. Jetzt drüber. So, und nach oben. Oh mein Gott. Genau. Okay, mal schauen, was der Typ so hat. Kaka, ah, ich erinnere mich. Ja, ich, nee, will ich nicht. Das brauche ich nicht. Das nehmen wir mal mit. Waffen, da haben wir ja jetzt was Gutes. Oder? Das ist, glaube ich, besser. Hat aber kein Sockel, oder? Nee, glaube ich nicht. Egal. So, jetzt werden wir noch schnell, oh, bla. Die Dinge ausrüsten, denn wir haben da noch ein paar Sockel zu vergeben. Nahkampf, wir finden zu sein. Ja, das nehmen wir. Völkerball. Warte, Moment. Ähm, was ist das? Ah, nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hier dagegen enttäuschen, genau. Was habe ich noch? Ich habe die Robe noch. Das sind auch zwei Sockel. So. Da hätte ich auch noch einen. Oh mein Gott. Wie kann ich am Service sein? Hier ist was wir heute verkaufen. Oh mein Gott. Das ist viel zu viel. Was ist hier? Nee. Verkaufen. Äh, Kram. Moment mal, ich kann... So, das geht schneller. Das sind Sachen, die sind nett, wenn man sie hat, aber... Man braucht sie nicht wirklich. Ganz ehrlich. Man braucht sie nicht wirklich. Keule der Herrlung. Nee. Nee. So. Waffenaufsätze. Waffenaufsätze. Ach, das sind Waffenaufsätze. Okay. Verkauf. Ja. Das heißt, ich muss Level 6 werden. Das heißt, ich muss mich aufhören. Das ist, der Ende der Giggling Donkey. Paladin, sind Sie sicher die Barden ist in da? Das ist was Twitter gesagt. Carrier Raven, Butters. Sorry, das ist was die Carrier Raven gesagt. Craig und Token, guard die Backdoor. Butters, Kenny, Sir Douchebag. Let's go inside. Okay, Sir Douchebag. Der Ende der Giggling Donkey harbors die Skum von all Zoran. A glass of Meadlewine, bitte. No Meadlewine, nur Fairy Ale. A pint of Fairy Ale, dann. So, hat jemand gesehen die Barden? A cup of Fairy Ale isn't much if not accompanied by some bardic poems and some. Sure, he's here, all right. He's got a room down in the cellar. Ah, and I shall pay handsomely for his services. Sir Douchebag? Butters, Douchebag, go down and flush him out. Princess Kenny and I will be waiting here to murder him. Remember, the Barden can use songs to enchanting. Don't let him get to you. Da ist der, der Keller. Was ist das hier? Kaputter Schwertgriff. Oh mein Gott, das ist laut. Oh mein Gott. Das muss jetzt sein. Das muss jetzt sein. So. Annehmen. Das war so laut. Oh mein Gott. Ne. Sonst irgendwas? Ne. Was haben wir hier? Ich denke, ich höre ihn. Auch nicht. Hallo? Ne. Da ist er. Oh Jesus, es ist der Barden! Prepare for battle, Weaklings. Elfs, fall in. Douchebag, it's a trap! You should have never come here, humans. I am a level 10 bot. And with my loot, I shall power up my Elven guards with magical songs of enchant. With magical songs of enchant, 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 oh ho 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 Mit Magical Songs haben sie gebeten. Magical Songs haben sie gebeten. Okay. Mal schauen, ob ich irgendetwas gewinnen kann. Da war eine Frau von Stoneberry Hollow. Sie hat nicht viel gesprochen, aber sie hat sie gebeten. Okay. Was habe ich denn noch so an Sachen? Ich nehme mal einen Tempotrank. Yeah. Ähm. Okay. Warte, ich muss kurz sie... So. Bam. Hahaha. Hahaha. Okay. Und jetzt mit X. Bam. Alter. Was hat er hier für Sachen? Ähm. Ähm. Du wirst nicht auf mich warten, oder? Yeah. Er hört seinen Angriff und stirbt. Oh mein Gott. Wie, wie, wie block ich? Ach so, mit A. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Dann. Heil dich mal Badass. Danke schön. Und ihn werden wir jetzt angreifen. Bam. Oha. Okay. Er frisst das auch wieder. Und greift dann. Stürbhalter. Oha. 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 Und Angriff. Ich hätte vorher heim sollen. Oha. 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 Yeah. Ja. Geht da an da und fisch sie ab. Ich werde den Stich der Wahrheit beschützen. Oha. Entkommen wir nun aus dem Keller. Was? Da du jetzt mehr als ein Furz beherrschst. Halt RB gedrückt und wähle die Furzgranate oder tippe RB an bis sie ausgewählt ist. Okay. Ach hier. Ach. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, dass es hier ist. Ich werde das nicht schlagen. Was? Oh mein Gott. Ich glaube, dass es sich verletzt wird. Ja, ich sollte mich auf das Gefühl machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Nein. Warum bist du hängen? Bleib du Hure. Alter. Ungut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. 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 sich wieder elfischer kurzbogen okay ich gebe zu es war nicht mein bester kampf es ist sonst noch etwas dann gehen wir jetzt nach oben oder ich schaue noch hier rein so ach so das stimmt kann ich nicht anlegen stimmt elfischer kurzbogen trifft für zusätzlichen schaden stark gegen die schaden okay dann müssen wir den also da ja so ja ich nur ein bis zu fünf rüster ich weiß nicht mehr das ja kann man machen so jetzt nach oben das ja 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 das ist das ist das ist Achso, ich muss jetzt... Okay. Idioten. Er reflektiert und er... Alter, mhm. Haltdrank. Nicht du! Du... Mann! Ihn. Dann heilst du dich eben. Die Buffs entfernt, genau. Hammer der Gerechtigkeit. Oh mein Gott. Ich hab schon wieder vergessen, wie das alles funktioniert. Drei! Jaaaa! Jaaaa! Habe ich sowas überhaupt? Ja. Komm schon! Okay. Nice. Badass. Ein Gesundheitstank. Sehr gut. Nein, 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 nein! Alter! Warte! 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 Ja, so viel Schaden zu nehmen. Bitte! Okay. Hm. Atem des Drachen. Okay, machen wir. Okay. I heard so. Your word is the command my lord. Shall I heal the king my lord? Or maybe let him suffer just a little bit more? Ha, ha. He he he. I heard so. He he he. He he he. Seine Macht waren zu stark. Der Bade, er ist in einer der Räume. Sie haben Prinzessin Keene genommen. Sie haben sie nach oben genommen. Ich bin sicher, dass sie sie verraten werden. Nicht lassen sie sie verraten, Prinzessin Keene. Das lassen wir nicht zu. Der Wieser-Kling hat mehr gemacht. Geh das neue Kind, während ich nach oben komme und mit dem König der Hell. Hier mit an? Nein, noch nicht. Okay. Was? Nee, so. Ja, wie jetzt? Oh mein Gott. Ja, ist schon klar, schon klar, aber... Ach so. Bäm. Dankeschön. Naja, obwohl... Okay, ähm... Können wir die nicht irgendwie... Ich will ehrlich gesagt nicht kämpfen. Gibt's nicht die Möglichkeit, irgendwas... Nee, gibt's nicht. Okay. Dann kämpfen wir eben. Oh mein Gott. Okay, das Ganze wird jetzt nicht zu mehr lange dauern. Und zwar... Because of Tempo-Trunk. Stirb, Alter. Okay, dann machen wir zuerst die. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Badass, Alter. Belebe ihn wieder. Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott. Okay. Manatrank. Natürlich. Friss. Und Angriff. Yeah. Oh mein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, drehe El und... Okay. Ahaha. Angepisst. Nice. Butterhust. In your face. Butterhust. Ähm. Drücke A, wenn du den Blitz siehst. Yeah. Perfekt, Wartes, ah, geht nicht, okay, alter, der Typ ist so, alter, und stirb, Waldölfenrüstung, gehen wir hier ran, die müssen wir auch noch looten, okay, Leute, was uns oben erwartet, das werden wir im nächsten Part herausfinden, ich danke fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, bei South Park, der Stick of Truth, bis zum nächsten Mal, und ciao. Untertitelung. BR 2018